Du bist über 50 und hast gesagt, so, jetzt will ich es aber nochmal wissen. Jetzt möchte ich nochmal einsteigen in den Sport. Jetzt möchte ich nochmal ordentlich Gewicht verlieren. Die Überschüsse im Pfündchen loswerden um die Hüfte herum. Bauch an den Oberschenkeln. Und dafür steige ich in den Kraft-Ausdauersport ein und lege mal gleich richtig feuerfrei los. So, dann verletzt du dich. Schon nach kurzer Zeit und bist raus. Du bist wieder raus, du hast zwei, drei Wochen eine Auszeit, vielleicht sogar vier Wochen, je nachdem was dir passiert ist. Ja, und schon ist die Motivation wieder weg. Was kann man dagegen tun, dass das nicht passieren wird? Dass du dich nicht verletzen wirst? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, deinem Performance-Coach. Und heute dieses spannende Thema aus gegebenem Anlass. Weil ich natürlich Coaches habe, die sich über 50 sind und die sich bei mir melden und sagen, Andreas, ja, Kraftsport, ja, ich weiß, ich soll es unbedingt tun, denn ich möchte erstens mal meine Überschüsse im Pfunde loswerden. Zweitens weiß ich, dass meine Muskulatur so langsam schwindet und dass meine Körpersprache darunter leidet. Aber, pass auf, ich habe mich bei den letzten zwei Wochen, wo ich eingestiegen bin, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich hatte überall Schmerzen, es tat weh und ich habe mich auch noch verletzt. So, also, Kraftsport lasse ich doch lieber sein. Das ist doch einfach von der Verletzungsgefahr viel zu hoch. Da kann man doch wirklich in unserem Alter mit über 50, kann man doch viel mehr kaputt machen, wie man das man tatsächlich an Erfolgen feiern kann. Also, was sagst du dazu? So, und jetzt, genau das werde ich heute beantworten, weil diese Frage habe ich schon sehr oft beantwortet über alle möglichen Social-Meter-Kanäle und privaten Anschriften und dann folgende Information für euch. Der Kraftsport ist in der Regel, wenn man es richtig ausführt, eine der Sportarten, wo die Verletzungsgefahr am geringsten ist. Unter Voraussetzung, dass man das, was man tut, in Form von Bewegungen, in Form von Ausführen, von Ausführen von Übungen mit Belastungsgewichten, die richtig in Technik nutzt, indem man sich entsprechend einweisen lassen hat, ist die Verletzungsgefahr minimal. Warum? Bei allen dynamischen Sportarten, die es gibt, ist die Verletzungsgefahr viel größer, weil die Belastungen an den Gelenken bedingt durch eine hohe Dynamik in den Bewegungen viel größer ist. Und gerade für Menschen, die schon lange keinen Sport mehr betrieben haben, ist die Unfallgefahr bei dynamischen Sportarten viel höher. Also, erstes Mal für euch schon mal eine wichtige Antwort. Ihr müsst, wenn ihr über 50 seid, männlich, weiblich, Sporterfahrung ohne Sporterfahrung. Ihr müsst keine Angst haben vom Sport, vom Kraftsport. Denn es steht und fällt erstens mal mit der Technik, die ihr nutzt und zweitens mit der Geduld, die ihr mitbringt. Ja, Geduld, warum? Ihr braucht eine Vorlaufzeit von vier, sechs bis acht Wochen, wo ihr mit relativ leichter Gewichtsbelastung überhaupt erstmal die Übungen erlernt. Und vor allem ganz wichtig, ihr braucht einen Coach an eurer Seite, der euch Material liefert. Entweder geiles Videomaterial, gute Videos, die hoch erstklassig aufgenommen sind, wo man genau sieht, was man machen sollte. Noch besser ist die Kombination aus einer Beratung, direkten Beratung vor Ort, mit Filmaufnahmen und dem Zugang zu ganz vielen Kontrollvideos, wo man ganz genau eins zu eins sehen kann, wie werden diese Übungen richtig ausgeführt. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man verletzungsfrei Kraftstoff betreiben kann. Also eine Einweisung von einem Trainer, der natürlich auch langjährige Erfahrung mit sich bringt. Zusätzlich die Möglichkeit, das Ganze auch noch filmen zu lassen. Das heißt, die eigenen Übungen filmen zu lassen, sodass man das Material der eigenen Übungen zur Verfügung hat. Dann zusätzlich ein Zugangsportal zu Videos, wo sämtliche Trainingstechniken noch einmal erklärt werden. Und natürlich sozusagen Feedback-Tage, Feedback-Möglichkeiten. Entweder Kontrolltermine, wo man dann wieder vorbeikommt, sich das anguckt. Gut, was wird jetzt ausgeführt? Wie werden die Bewegungen ausgeführt? Feedback-Tag, Videofilme-Kontrolle. Ich habe viele Coaches, die bei mir im Coaching sind, die eben nicht aus Karlsruhe kommen. Die kommen aus Berlin, aus München, aus Hamburg, aus der Schweiz, aus Österreich. Und da ist immer wieder bei mir die Frage, fühlst du dich bei einer Übung nicht wohl? Bist du dir nicht sicher, ob sie noch richtig ausgeführt wird? Obwohl wir sie schon gemeinsam gemacht haben, aber du denkst, irgendwie fühlt es sich nicht gut an? Dann mach ein Video, stell deine Kamera hin, in verschiedenen Perspektiven, am besten zwei Perspektiven. Bei der Kniebeuge zum Beispiel von der Seite und von vorne oder gegebenenfalls von hinten. Arme kurz aufstellen, kleinen Videofilm machen, schick mir es zu, schaue mir es an, dann habe ich die Möglichkeit, dich nochmal zu kontrollieren. Also, somit für euch. Ihr müsst vor dem Krafttraining keine Angst haben. Respekt ist gut, Respekt ist super. Wir müssen auch Respekt haben vor den Gewichten, die wir bewegen, aber bitte keine Angst. Denn, ob wir uns verletzen oder nicht verletzen, steht und fällt mit der Einweisung, wie wir es gezeigt bekommen haben und mit dem Thema, dass wir Regeln einhalten. Wenn ich mit 50 Jahren arbeite, ist ganz oft das Thema Stretching auch mit am Start. Wie oft passiert es, dass Menschen aus dem Büro rauskommen, den ganzen Tag gesessen sind und dann gehen sie abends ins Fitnessstudio. Die hinteren Anteile der Muskulatur, hinterer Oberschenkel, Wartenmuskulatur, Nackenmuskulatur, Brustmuskulatur, Latissimus ist verklebt. Die Fasschen sind eingeengt und jetzt versuchen wir, Kraftsport zu betreiben. Sind nicht richtig aufgewärmt, haben vielleicht auch kein Warm-Up-Stretching gemacht, kein globales Aufwärmen auf dem Ergometer-Crosstrainer oder zu wenig gemacht und fangen direkt an, uns mit zu hohen Gewichten zu belasten. Was passiert? Richtig, Verletzungen sind in diesem Moment vorprogrammiert. Wenn dann dazu noch dynamische Bewegungsabläufe kommen, das heißt, wenn die Bewegungsabläufe zu schnell ausgeführt werden, zu unkontrolliert, dann passiert das Nächste. Denn dann ist die Unfallgefahr noch höher. Wer exklusiv trainiert, wer die Bewegungsabläufe nicht kontrolliert, wer nicht darauf achtet, dass die Bewegungsgeschwindigkeit an das Vorhaben angepasst wird, auch an den, wie nenne ich das jetzt am besten, den Faktor, wie lange trainiert jemand. Wenn das nicht angepasst wird, dann ist die nächste Stufe erreicht, dass hier vorprogrammiert ist, dass Verletzungen entstehen können. Haben wir jetzt jemanden, der schon 20 Jahre trainiert hat, jetzt 10 Jahre ausgesetzt hat, der bringt eine Trainingserfahrung schon mit, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Bewegung besser ausführen können und wird auch die Bewegung schneller ausführen können, kontrolliert schneller ausführen können. Kommt aber jemand, der gar keine Erfahrung mit sich bringt, der das Thema Stretching nicht kennt, der das Thema globales Aufwärmen, lokales Aufwärmen nicht kennt und dann den konzentrischen Bewegungsablauf zu schnell ausführt, die Druckphase zum Beispiel oder bei der Kniebeuge die Phase nach oben zu schnell ausführt oder auch die exzentrische Phase unkontrolliert ausführt, dann führt das tatsächlich zu Verletzungen, die sich dann entweder an den Sehnen auswirken durch zu hohe Dynamik, dass die Sehnenansätze sich entzünden oder wir haben ständig kleine Mikrotraumen entlang von der Muskelfaser, die natürlich am Anfang normal sind, aber der Grad zu hoch ist, der Muskelkaderschmerz zu hoch ist und das führt dazu, dass wir natürlich unter Schmerzen arbeiten und das macht keinen Spaß, damit hört man wieder auf oder es führt tatsächlich zu einer größeren massiven Verletzung durch einen größeren Muskelfaserbündelriss oder zu einer latenten Entzündung meistens von Sehnen am Ansatz des Muskels. Und genau das ist das. Das hat nichts damit zu tun, dass der Kraftsport schlecht ist, dass der gefährlich ist und hat letztendlich damit zu tun, dass die Technik nicht funktioniert und dass es dem Coachee nicht gezeigt wurde. Und deswegen meine Empfehlung an euch, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, dürft ihr gerne Respekt haben vom Krafttraining, aber lasst euch das Krafttraining zeigen. Nehmt euch die Zeit, genau diese Übungen zu zeigen lassen. Wie werden die Übungen richtig ausgeführt? Das können Freihandelübungen sein, die natürlich am wertvollsten sind, weil die im freien Raum bewegt werden, die Handeln, somit die Stabilisatoren maximal gestärkt werden. Stabilisatoren sind mega wichtig. Bei Freihandelübungen wird auch die Mobilität maximal geschult, was natürlich wichtig ist für unseren Alterungsprozess. Zusätzlich haben wir den Freihandel natürlich die größte Ausbeute in Form von Energieverwertung, denn bei Grundübungen, Langhandelübungen, Freihandelübungen sind die Stabilisatoren mit dabei. Es arbeiten Muskelketten und somit ist der Energiebedarf viel größer. Das Learning bei einer Freihandelübung ist auch viel größer. Lasst euch zeigen Freihandeltraining, Maschinenorientiertes, Bodyweighttraining. Lasst euch die Regeln Muscle-Brain-Connection zeigen. Lasst euch die Regeln Time-Under-Tension zeigen, wie lange man den Muskel belasten muss. Lasst euch erklären, wie lange soll der Muskel belastet werden für ein Fettstoffwechseltraining. Lasst euch erklären, wenn es tatsächlich nötig ist, um schnell Muskelmasse aufzubauen. Was muss man berücksichtigen, um Muskelmasse aufzubauen? Welche Parameter sind wichtig? Und dann kann ich euch eine Garantie geben. Wenn ihr in den ersten vier bis acht Wochen eine gute Betreuung gehabt habt, entweder eine einmalige, lange Betreuung oder mehrere Betreuungen hintereinander und ihr immer wieder geschult werdet, immer wieder nachgefragt werdet. Wenn ihr Learning-Videos dabei habt, wo ihr nochmal angucken könnt, wie habe ich es ausgeführt? Wenn ihr Zugriff habt auf Videos, die euch das immer wieder erklären, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch verletzt, so minimal, super minimal. Viel kleiner, wie wenn ihr dynamische Sportarten ausführen würdet. Einfaches Beispiel. Krafttraining hat auch was mit Dynamik zu tun, aber wir haben weniger Beschleunigungskräfte. Stellt euch mal vor, ihr seid 50 und fangt an, an Handball zu spielen. Da entstehen Kräfte im Schulterbereich, wenn man einen Ball wirft. Da entstehen Kräfte beim Hochspringen, beim Landen in den Kniegelenken, Hüftgelenken, Fußgelenken. Deswegen, diese Kräfte werden im Kraftsportbereich so nie stattfinden. Und genau aus diesem Grund ist der Kraftsport ja so gesund und wichtig beim Kraftsport ist. Wir, wo über 50 sind, wir arbeiten ja schon dafür, dass unsere Muskelmasse nicht flöten geht. Da geht es nicht um ein Sixpack, da geht es nicht darum, sexy auszusehen. Wobei, da hat auch keiner was dagegen, wenn es sexy aussieht. Es geht darum, unsere Muskelfasern, die weißen Muskelfasern, die dafür zuständig sind, dass wir Körpersprache, dass wir unsere gute Körpersprache haben, dass wir eine Körperspannung haben, dass wir Energie ausstrahlen, dass wir Power haben. Das sind die weißen Muskelfasern, das sind die Schnellzucken. Und die müssen wir ab dem 15. Lebensjahr pflegen unbedingt, ansonsten gehen sie uns irgendwann einmal verloren. Und das wollen wir nicht. So, Freunde, das war das Thema Verletzungsgefahr, over 50. Auf was soll man achten? Nochmal zum Schluss einmal ein sogenanntes Einweisungstraining. Entweder einen halben Tag, einen ganzen Tag, wo gemeinsam gearbeitet wird, wo diese Videofilme erstellt werden vom Training. Zugang zu einem Trainingsportal, wo man nochmal nachschauen kann. Eventuell einen direkten Kontakt zum Coach, wo man mal Videos schicken kann, wo man dann dem Coach zeigen kann, so trainiere ich diese Übungen. Kannst du mal bitte drüber schauen? Sind die gut oder gibst du da Verbesserungen? Dann, wenn man arbeitet, sich die Trainingstechniken beibringen lassen, Muscle-Brain-Connection, Time-Under-Tension, gesamtes Range of Motion, dass der Muskel über den gesamten Bewegungsspielraum trainiert wird, dass nicht in einem verkürzten Bewegungsablauf trainiert wird. All die Sachen gehören rein, dann gehört rein, wie geht Stretching? Wie kann ich ein Warm-Up-Stretching machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass wenn ich vom Büro oder morgens direkt am Aufstehen eben mich nicht verletze, weil ich völlig verklebt bin, verspannt bin? Was kann ich tun als Warm-Up-Stretching? Das Gleiche gilt natürlich auch für das globale Aufwärmen. Wie wärme ich mich global auf? Wie wärme ich mich lokal auf? Was tue ich dafür? Das alles bitte zeigen lassen, erklären lassen. Und dann braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, dass die Verletzungsgefahr groß ist. Garantiert nicht. Das kann ich euch mit 100% garantieren. So, und jetzt sagst du, lieber Andreas, ja, das ist ein schönes Thema. Und ja, es ist mir klar, ich sollte mich drum kümmern. Ich sollte mich um mich kümmern. So, wie komme ich an dich ran? Wie können wir beide zusammenarbeiten? Gute Frage. Relativ einfache Antwort. Und zwar gehst du jetzt einmal in die Shownotes und die Bemerkungen und da findest du meine Landingpage www.andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und machst dir deinen Termin, deinen individuellen, persönlichen, kostenfreien Erstberatungstermin. Und dann haben wir in Kürze, wir zwei, das Vergnügen und ich erkläre dir die Strategie, wie man am besten vorgeht. Und du hast krasse Vorteile, denn die Vorteile von über 30 Jahren Berufserfahrung, du hast die Vorteile von über 25.000 erfolgreiche Coach und Coaches und du hast die Garantie, dass ich dich an dein Ziel bringen werde und zwar unter maximaler Gesundheit. Darüber musst du dir nie mehr Gedanken machen. Du hast alle deine Fragen beantwortet, garantiert. So, jetzt bist du dran. Einmal eintragen und dann haben wir beide in Kürze das Vergnügen. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, bald wieder was von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, Andreas Rienbacher, dein Performance Coach.